Herzlich Willkommen zu weiter von Katja Irgendwo in Thüringen. Wir machen weiter mit ja ich schaue wir haben noch eine Ballenpresse zu stehen. Die muss eigentlich weg. Da jetzt die muss rüber zum anderen BGH. Wenn wir da nämlich loslegen, dann wird das ganz praktisch und da werden. Wir haben hier noch einen Taktik zu stehen. Den kann man gleich nehmen. Der hat keine Pflegebereitung, daher nehmen wir den mal. Der könnte aber glaube ich nicht kriegen, aber das ist mir egal. Wir haben ja noch zwei Taktik zu stehen. Den hängen wir ab. Und dann werden wir den mal rüber fahren. Dieser Ballenpresse zur... ...Maparatur? Nö. Das ist nicht. Reparieren werden wir richtig im Herbst nachher. Beziehungsweise kurz vor der Ernte. Da wird noch ein Kurs zu liegen stehen. Aber bestimmt hier mit dem Heu. Achso, ja. Brauchen wir nicht. Der Heu ist da nicht da. Heu haben wir genug. Dann werden wir alles zur Silage machen. Ist ja gedüngt. Da muss man wachsen halt. Dann wird noch die Ballenpresse hüberschaffen zur anderen BGH, dass wir dann zur rechten Zeit loslegen können. Dann können wir mal die Größe einstellen. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Und dann... Soll aber noch wachsen. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich möchte mehr wie Sammeln runterholen. Meine Sorge ist nur, dass es genau zur Erntezeit kommt. Und dass wir dann... Naja, stressig kann man sagen. So richtig stressig. Obwohl wir haben nur zwei Metrische. Das müsste auch eigentlich gehen. Fangen mit Raps an. Da geht nicht so viel runter. Also wir sind ein bisschen weniger. Überweizen und Gerste halt später. Und dann sind wir halt später froh. Und dann noch Trikale. Was ich eigentlich äh... Anders hinternehmen soll. Hätte ich auch auf 2 und 15 Gerste nehmen soll. Und auf Trikale dann Weizen oder so. Das wäre vielleicht besser gewesen. Für die Bierbrauer Hai. Aber gut. Feld kaufen wir halt noch. Also da sind wir ganz wichtig dabei. Meisfeld noch kaufen. Die Neuzähne noch kaufen. Damit wir irgendwann äh... Weiter kommen. To know keine Produktion kaufen. Also halt so ne. So, schauen wir mal was wir alles hier haben. Wir haben jetzt hier... Zwei Taktien. Von Toren zum Mähen. Von Raunaufaktor zum Pressen. Aber nicht hier. Vielleicht. Hab ich hier gelassen. Da hatten wir eigentlich die andere gehabt. Da hatten wir eigentlich äh... Da hatten wir eigentlich äh... 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 Der war's nicht. Das war der KS2 da. Alles im Düngen. Die ZB normalerweise genommen. Können wir mal eine Düngevision machen. Und gucken was da ist. Können wir zwei annehmen. Ah... Transportieren. Und das machen wir nicht. Waldpresst auch nicht. Feld 16. Da kommen wir nicht hin. 49. Also... 64. 41. Machen wir die... 66. Können wir ja nicht. 46. Können wir. Dann ist Düngen. Äh... 47. Muss das auch hängend sein, ne. Nehmen wir an. Ist egal. Wenn nicht geht vom Abbrechen. 49. 49. Das geht auf jeden Fall nicht. Da kommen wir nicht hin. 45 Düngen. So, dann fahren wir hin. Wo fahren wir hin? Fangen wir an bei der 47. 45. Das ist gleich hier vorn Ecke. So. Felder. Danke Holger. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wohle Dinger auch sind. Na hat er hier... Ah, hey, das... Ah, alles klar. Ah. Hat er hier das alte Vileck genommen und... Ach. Müsste ich neu einfahren. Also das muss ich nebenbei machen. Sonst wird auch nichts. So. So. Dann lass ich mal hier fahren. Das ist okay. So. Und tschüss. Das haben wir irgendwie anders gemacht. Das war nämlich alles weg. Weil ich ihn irgendwie hingefahren habe. In der Version 1.2. Da habe ich erst ein alte wieder genommen und dann... Da kann ich den hinbekommen. Keine Ahnung warum. Ich hoffe so. Ich hoffe so. Ich hoffe so. Dann fangen wir da lang. Jetzt fahren wir den wohin. Und der ist zu wenig und der ist zu leer. Aber jetzt kommt die Nacht um den Wege, ne? Das ist doof. Aber gut. Ich... Kriegen wir auch einen Blick. Dann können wir den anderen Rack gehen. Um den Wüftpritz zu nehmen. Also dann okay lassen. Dann brauchen wir gleich mal ein bisschen Dinger. Das kann auch der gewesen sein zum Ballenpressen. Ja. Das fahren wir mal irgendwie in der Halle oder was wir haben. Da ist vielleicht viel Fliegebereich und das passt. Faktor müssen alle rekoriert werden. Schaut mal ein. Könnt man auch nehmen. Für Missionen kann man die ja nehmen. Ist egal. So. Hier mal rein. Ja. Dinger ist teuer. Aber gut. Das macht es ja aber bezahlt. Da ist ja so. Sumpere graue Reileisten, ne? Die Generation geht ja hier nicht. Das ist halt nicht so teuer. Das bringt mir so viel ein. Aber das macht doch eher Sinn wie... wie jetzt... andere Missionen. Die Ballenfesten zum Beispiel. So. Da haben wir noch einen. Noch einen. Also im Outreif muss man im Prinzip unsere Silos anschließen. Gut. Dann können wir den gleich los schicken. Missionen. Ja. Verhalten wir nicht im Kopf. Das ist das ganze Problem. Aber macht ja nichts. Noch nie im Kopf erhalten. So. 46. Wo ist das? Das ist was. Leider nehmen. Macht ja gleich mit. Da muss man hier aufpassen. Wird er raus. Was ich außerhalb komme. Da braucht ein Nachbarmonitor. Und dann wird sofort. Wird sofort. Das Lenkrad die Federung drauf gehen. Also. es wäre nicht lustig für mich jedenfalls weil lecken sie mich mit einer tastatur auf dauer ja ungünstig sagen wir mal so dann geht noch mal los der fahrer vorläufig noch freudentanz freudentanz ich kann dünnen dann gehst du zu welchem Feld? 49 wo ist der Teil? Ach da hinten. Sonnenblumen oder was? 49 Dann haben wir alle hier gleich fertig. So, mal zur Straße. So, ein Aufwand mit der Maus. Ein Pfeil. Lieber die aktivieren, ne? Da wir hier irgendwo landen. Da hat man die anheben. Da, ja. Da gucken wir uns überlegen. Haben wir noch über einen Takt aufs Gestehen hier? Na, jemand zu Hause? Im Wachstum. Spaß. So. Ich glaube nicht, da hat noch einen gewesen. In der Garage. Können wir den umrüsten? Ich glaube nicht. Und doch. Wir haben noch einen, in der Feuer. Na, die kann man nicht umrüsten, aber das macht nichts. Beziehungsweise noch was kurz prüfen. Na, den kann man nicht umrüsten. Vielleicht doch. Es gab noch ein Update dafür. Würd's ja gewesen sein. Dann packen müssten wir auch. Sieht ja sehr durftig aus. Hätte doch gereicht, dann mal so. Aber, ja, guck. Bevor wir mit dem bleiben, ne. So. Konfigurieren. Nein, der kann das nicht. Der kann nur. Standard. Das ist okay. Okay. Wir können hier vielleicht. Ja. Die Tas. Dann können wir kommen mal. Machen wir anders. Ja klar, ich kaufe ein Fahrrad. So. Wie gesagt auf. Missionsfeldern ist es nicht in Frage. Da geht er rum. Das ist nicht vorgesehen. Soweit ich weiß. Auf eigenen Feldern wird es auch gehen. Nur rauf fahren müssen und runter fahren werden müssen. Da wird es schon passieren. Wenn der Helfer fährt, passiert auch nichts. Aber gut. Ungeswekern. Das sehe ich noch nicht. Aufgefüllt kriegen. Hier ist noch ein bisschen andere Arbeit außer Holz. So. Ne. Aufmachen. Oder auch. Und. Dann schauen wir mal nächste Mission an. Was wir machen können. Von oben weg. Mal 45. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Ich war eh nicht ganz so viel gewesen, aber gut. Es gibt Schlimmeres, die Kammer vor Urlaub sei klar. Also hinfahren zu den Feldern lassen und nach uns im Hochzeug näher, das war praktisch. Aber ansonsten. Bei Feldern ist hier mal schauen, wie das funktioniert. Ob das Abfahren geklappt hat. Wo das an sich nicht so schlimm ist. Jetzt wo man es einigermaßen kann. Anfangs da wurde die Rottogescheid, jetzt kann man sagen, ok. Das berechnen würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, wie eine Aufnahme. Das dauert dafür zu lange und dadurch kann man nicht mehr spielen. Das würde ich nicht empfehlen. Das würde ich nicht empfehlen. Das ist gut. Sobald wir die Aufnahme beendet haben, wir sind jetzt fast hier abgelaufen. So liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Von Seiten nach Tieter sind wir verschaut. Vielleicht sieht man sich so richtig gut wieder. Wenn ihr Lust habt, kommt dann mal rein. Dann was liefst du dann. Tschau. Tschüss.